Herr Höcke, in Ihrem Programm steht etwas von einem Akademisierungswahn. Es müsse nicht jeder studieren. Jetzt haben wir aber gerade gehört, uns fehlen Lehrer, die müssen ja vorher studieren. Uns fehlen Ärzte, die müssen vorher auch studieren. Richter fehlen uns, Staatsanwälte, die studieren alle. Was denn nun? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Natürlich brauchen wir hochqualifizierte Akademiker. Was denn sonst? Wir haben uns in der ablaufenden Legislatur stark gemacht für die Förderung des Ärztenachwuchs in Thüringen. Wir haben einen Landeskinderbonus für Medizinstudenten in Thüringen vorgeschlagen und andere Debattenbeiträge geliefert. Aber trotzdem sagen wir auch ohne Wenn und Aber, wir müssen die Regelschulen wieder stärker machen. Ich war in vielen Regelschulen in den letzten Jahren unterwegs, habe mit Schulleitern gesprochen. Ich habe wunderbar eingerichtete Werkräume gesehen für Holzbearbeitung, für Metallbearbeitung, für Elektrotechnik. Aber überall wurde mir gesagt, wir haben nicht mehr die Lehrer, die diese Werkräume auch mit Leben füllen können. Und ich denke, wir müssen vor allen Dingen, wenn wir eine gute Mittelstandspolitik machen wollen, die Kinder und Jugendlichen in Thüringen wieder für Handwerksberufe begeistern. Und das funktioniert vor allen Dingen über praktische Tätigkeiten auch schon in der Schule. Und das sind in erster Linie die Regelschulen. Für uns sind die Regelschulen das Rückgrat des Thüringer Schulwesens. Das heißt nicht, dass wir, wie gesagt, nicht auch die universitäre Bildung im Auge haben. Also, das geht mir darum. Vielen Dank.